Ich bin der Assessor. So, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt hier auf dem Irrenhaus. Wir spielen mit allen Insassen Minecraft. Und das war natürlich klar, dass das da passiert am Anfang. Hallo. Also mit dabei sind der Fido, Sebi, Andi und die Biancas, Minani und der Holger. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ich weiß gar nicht. Geht mal weg. Hi, ich bin auch da und viel Spaß beim Zugucken. Wir brauchen Holz erstmal, Leute. Holz abbauen. Ich prügel euch mit nem Lotus, wenn ihr das nochmal macht. Leute. Geht mal koordiniert vor. Wir brauchen Holz. Einer könnte schon mal nach Essen Ausschau halten. Ich hab'm Holz, ich hab'm Holz. Ich hab eins. Ja, ich hab schon ganz viel Holz. Ja, Essen. Wir brauchen gleich schon Essen, weil wir haben uns schon totgeprügelt und wir haben... Also ich hab jetzt schon Hunger. Nein, mir geht's noch gut. Die Frage ist, ist das Essen hier das gleiche wie dein Classic? Was? Ja, das Essen ist das gleiche. Das Essen ist das gleiche wie in Essen? Was ist denn da hinten das für ein gelber Vogel? Ja, aber es gibt hier halt Vogel. Guck mal, ich hab schon mal ein Crafting Table gemacht für uns. Was bist du denn? Ja, also wir hören schon. Wir spielen Mod und zwar Hexit und nur nicht alle von uns haben wirklich einen Plan von diesem Mod. Wo seid denn ihr zehn jetzt? Verstreut euch doch mal. Holger, nicht durch das Portal. Nicht durch das Portal gehen. Das ist ein Portal? Das ist ein Portal. Und hast du grad O gesagt. Oh nein. Ja, gut, danke. Entschuldigung, bin wieder da. Ja. Gut. Hier ist ne Kuh auf sich. Was ist denn das hier alles? Diese Bauwerke hier? Sind sie alle weg? Ach, da unten seid ihr. Ich komm mal zu euch. Oh, da gibts schon direkt Gold hier. Jetzt ist mal gut hier. Wir brauchen kein Gold. Wir brauchen Holz. So, ich hab ne Werkbank mal hier hingestellt. Hab ich grad ne Rubin eingesammelt? Ja, ja. Das ist wie bei Zelda, wenn du hier diese Blumen abholst. Ach, wie geil ist das denn? Achso, ne, das ist das Portal. Ne, da will ich nicht durch. Wo seid ihr denn? Kannst du mal euch Werkzeug oder so ein Shit craften? Nein. Hier, warte, ich geb euch hier mal Stöckchen und... Was? Hier ist noch Holz. Konnte man nicht früher mit zwei Holz übereinander an Stöckchen craften? Warum bekomm ich denn da jetzt ne Eichenbarke gerade? Du musst das erst zu Dings machen, zu Latten, ja. Ja, genau. Wie ging denn Latten? Einfach, Bretter, einfach nur das Holz reinziehen. Okay, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, wir haben alle... Alalalalalala! Alle! Wir haben den Dschihadisten unter uns hier! Alle! Mindestens zehn Jahre. Was ist überhaupt Minecraft? Verdammt. Wollt ihr euch gar nicht mehr, hier fängt grad die Musik an. Ich geh hier mal Stein und so abbauen schon. So, Pickaxe. Weil von euch macht keiner was. Wir müssen auch gleich schon Unterkunft und Essen brauchen, Leute. Ich hab mir grad voll ne Pickaxe gebaut. Jetzt sag doch mal, macht doch mal nicht so'n Stress. Was? Ihr seid viel zu langsam. Ich will jetzt schon farmen. Wir sind alt! Was erwartet ihr denn? Der Volker ist doch bestimmt eh schon wieder durchs Portal. Jetzt hab ich hier ein Holz abgebaut und der ganze Baum ist zusammengestürzt. Was ist denn das für ein Feat? Das ist voll durchsichtig. Oder hat das das kaputt? Ja, das ist ein neues Feature. Du baust einen Baum ab, also den untersten Stamm, dann fällt er das nicht runter. Warte, fuck, ist das denn? Also ich werde vom Baum quasi erschlagen. Was ist das denn? Leute? Ah, ah! Ne, war ein Fehler. Alles okay. Was? Oh, ja. Sehr schön. Ich hab grade Holz abgebaut und dann ist es wieder erschienen. Oh, okay. Das war ein Zauberflug. Magic. Ich zick gerne. Guck mal, da fliegt so'n Ding rum, so'n... Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ein Fink! Ein Grünfink! Bei mir sind die ganzen Pferde nur bestehend aus ganz vielen kleinen Minecraft-Bildchen. Das ist ganz komisch. Ja, bei mir auch. Okay. Ich hab denselben Bug. Was? Ja, Texturfehler halt. Das sieht sehr spacig aus. Was? Die Pferde? Bei mir sind schon korrekt. Ja, bei mir auch. Oh, hier ist übrigens... Aber nicht alle, interessant. Ich hab also auf der einen Seite ein normales braunes Pferd und auf der anderen Seite hab ich so'n Texturfehler-Pferd. So'n durchsichtiger. Ja. Äh, wo bist du denn eigentlich hin, Holger? Ah, hier drüben ist ein kleines Feld mit Weizen. Oh, guck mal, hier ist ein Höhleneingang schon. Ja, dann lass uns doch da grad irgendwie ein Haus reinbauen oder so. Ja, aber... Oh, toll. Direkt Redstone. Was soll man mit Redstone? Oh mein Gott. Also wenn man unten den Baum abbaut, fällt der ganze Baum. Also wie bei Terraria, ja? Wir bräuchten dringend mal Kohle. Da kommt was, da kommt was, Zombie. Ja, ja, ich mach mit. Äh, wenn du Kohle siehst, sag. Also ich hab schon ne Stein-Pickaxe. Das heißt, ich kann das Eisen... Ich hol mir jetzt mal quasi Stein und dann baue ich mir auch mal ne Stein-Pickaxe und ne Stein-Schwert. Ja. Einfach so zur Ausrüstung. Wo seid ihr denn? Leute, ich hab Angst. Geh noch mal kurz an die Werkbank. Ah, da hinten. Oh Gott, fast in die Lava gefallen. Oh, schon mal ein bisschen Eisen hab ich jetzt. Jetzt bräuchte ich... Ich hab Eisen vor die... vor Kohle, das ist ja auch mal ein Anfang. Was ist denn das für ein komisches Buch, das ich hab? Das ist so unsere Erklärung, was du bauen kannst. Oh ja. Ach stimmt. Was ist mit Pferden? Kann man die, äh, kann man das essen? Ne, ich glaub das gibt kein Pferdefleisch. Ahaha, doch Salami! Boah! Was machst du denn hier? Achso, ich dachte du baust hier schon... Auch in vielen Kiezen Leder, oder? Nicht oder sowas. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Essen. Ich... Oh, Kohle! Ey, passt mal auf, Leute. Das ist übrigens Eisen, ne? Wir hatten noch Holz am Start. Ja, draußen ist doch genug Holz. Äh, ich hab noch elf. Willst du haben? Hilfe! Ja, steck das mal in den Ofen rein, weil... Äh... Soll ich noch ein gutes Holz in den Ofen stecken? Ja, ein bisschen. Was ich sagen wollte ist, wir können, äh, Holzkohle machen, da können wir uns Fackeln bauen. Ich bin die Höhle rein. Ich hab Kohle jetzt hier schon. Ey, ich hab doch eben Stein abgebaut. Hab ich keinen Stein bekommen? Hat dir vielleicht irgendein... Irgendein anderer weggeschnappt? War doch gar keiner da. Andi? Kein anderer. Ich frag nicht. Wie viel Essen habt ihr denn jetzt? Weil wir brauchen ja für fünf Leute. Weil du neben mir standest. Weil du neben mir standest. Ja gut, da hast du. Holzkohle. Aber ich hab doch Stein abgebaut. Weil die Verarsche. Ich war's aber mit Sicherheit. Weil die Verarsche. Ich bin kein Steindieb. So, Holger. Andi ist ein Steindieb. Eh, nicht auf meinen Stein stellen. Ja, Holger hat doch in Terraria auch ständig nur Stein und Dreck gesammelt. Oh ja. Oh, ich hab Kühe, ich hab Kühe. Was? Ihr seid unser König? Ich hab euch nicht... Ne, da kommt gar kein Klötzchen raus, das ich einsammeln kann. Mach ich was falsch? Baue ich den falschen Stein ab? Äh... Wie kann man den falschen Stein abbauen? Weiß ich nicht. Oder hängt es grad nur wieder? Oh, ich hab grad einen Monsterleck gehabt. Ah ne, jetzt geht's wieder. Okay. Einmal weglaufen. Nein, bleibt hier, ihr Kühe. Ja, da oben. Ich bin schon voll emo, muss ich grad mal sagen. Wer denn? Gar nicht. Oh, ich sterb ihn mit seinem Krill, Mann. Ich glaub schon nicht mehr. Ich glaub schon nicht mehr. Nein. Sag mal, macht ihr eigentlich irgendwas Produktives auch? Ja, ich erkunde die Höhle, die wir gefunden haben. Hier ist Kohle. Ne, ich hab mir ne Pickaxe gebaut. Oh, da ist schon ein Dungeon. Ich hab auch 16 Kohle. Das ist schon ein Dungeon oder was das ist, wenn da so Efeu an der Wand wächst. Im... Ich verköstige mich hier auch mal an der Kohle. Hier gibt's halt schon über Tage Eisen, ne? Also ich hab jetzt schon richtig viel Eisen. Was ist das? Ist das Diamant? Was? Ihr habt schon Diamant gefunden? Gott, das ist Lapislazuli. Ich hoff's doch. Was ist es? Ein Blau? Es ist Blau. He blau. He blau weiß. Ja, ja, ja. Das Pit gibt's hier ja nicht, ne? Ich kenn mich hier ja nicht aus. Ich war hier ja nicht. Es gibt hier auch mehr Mineralien. Achso, nee, das ist Zinn. Nicht Zinn. Nein, das ist Diamant. Ist Diamant schon, ja? Diamant gibt's hier schon relativ früh. Kann man das mit normalem Stein abbauen? Ja, ich glaub... Oh Gott. Oh Gott. Jo. Nee, mit Eisen. Normalerweise mit Eisen. Diamant brauchst du Eisen-Pickaxe. Aber ich hab schon zwölf Eisendinger, also wir können gleich hier loslegen. Wird, ich kümmere mich mal um die Kohle versorgen, aber irgendjemand baut hier mein Kohlevorkommen an. Seid ihr jetzt alle in der Höhle hier, oder? Ich bin hier, ich helf hier. Nein, ich bin bei dir. Aber ich... Ah, genau. Könntest du mir mal ein Stückchen Kohle abgeben? Ich hab nämlich keine Fackeln. Da steck ich mal Eisen auch mit. Dann geh dir doch die Mölzkohle vorne im Ofen holen. Achso? Dann geh ich jetzt mal den Werkbank und die Troje holen, weil die brauchen wir hier ja nicht, ne? Was ist das denn? Ja, dann könntest du mal da an den Anfang stellen, wo der Ofen ist. Ja. Ja, genau. Kümmert sich jetzt jeder selbst ums Essen, weil ich hab echt nicht viel jetzt gesammelt. Oh, ich hab noch gar nichts, verdammt. Ja, deswegen. Ich hab auch noch nix. Ich muss wohl ehlendig verhungern. Ach, ich komm mal raus. Ja, dann holt euch vor dem was da drin ist. Also ich bin jetzt erstmal noch mal voll. Ich hab mal 37 Kohle geholt. Ich hab zwei Steaks, die könnte ich noch abgeben. Ich kann hier keine Holzkohle rausholen, weil hier ist keine Holzkohle. Ich hab die Kohle reingemacht. Da. Haben wir irgendwo hier, äh, ne Kiste, oder? Hier, schaut mal. Ich rück mal. 37 Kohle. Oh, hier ist ja Eisen. Hier unten. Leute, baut das Eisen nochmal ab hier unten. Wollen wir die Kiste? Ah, da ist unsere Kiste. Uh. Boah, jetzt bin ich da in das scheiß Loch reingefallen. Oh, hör doch auf mich zu schlagen, Mann. Dann leg ich doch wenigstens mal raus. Was macht ihr denn da? Oh, Leute. Echt jetzt. Alter. Ich bin da reingefallen. Für alle, die nix zu essen haben. Hier rechts, hier rechts sind Raw Chicken. Wo ist ein Skelett? Ja. Ah, wo ist ein Skelett? Wir sollten uns Betten bauen. Ja, hast du schon Wolle gefunden. Wieso kann der so schräg schicken? Boah. Weil der es kann. Meine Güte. Hast du den jetzt mit nem Steak geschlagen? Ja, ich hab jetzt nur noch ein Stück, äh, also ein... Da sind Hühner drin, das könnt ihr euch rausholen zu essen. Ich hab keine Hühner. Ich hab ja Steak. Hühnerfleisch, Entschuldigung. Na, Kiste? Nein, rechts im Ofen. Hol das mal grad raus jetzt. Hol das mal jetzt raus. Ah. Erst mal drankommen. So, okay. Ab. Dann ess ich das nämlich auch. Ich bin nämlich auch schon arg runter. So, ich schmeiß euch mal hier Eisen hin. Dann kann sich jeder, der will jetzt damit auch ne Eisen Pickaxe oder sowas machen. Ja, Ulrich, du hast drei Pfeile hinter stecken. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ist das mit so vielen Leuten so chaotisch? Ich hasse sie. Ja, ich weiß. Ich hab ne Eisen Pickaxe jetzt. Wo ist denn das Diamant gewesen? Das kann ich dann abbauen. Komm zu mir hier hinten. Direkt hier ist es. Oh, tatsächlich. Leider haben sie eins kaputt gemacht, aber das musste halt zum Test jetzt mal sein. Ja, hier war es. Diamond. Schönes Ding. Direkt Diamond. Oh. Es grunzt schon wieder so eklig. Ja, ich hab grad nen Zombie kaputt gemacht. Ja, ja, das grunzen muss halt. Oh Mann, ich mag das doch gar nicht, wenn es so viel grunzt. Du bist jetzt alleine, Milone. Habt ihr euch wenigstens ein Schwert auch mal gebaut ihr Lorz? Ja, ja, ein Steinschwert zumindest. Das ist das Erste, was ich mache hier in dem Spiel. Also Steinschwert und Steinpickaxe habe ich jetzt zumindest mal im Holz aus. Läuft die Eisenproduktion noch? Sehr schön. So, das kann man da rein. Ich brauche mal ein paar. Oh, ich bin am Ende angekommen. Und Dirt muss ich ja nicht. Ich habe schon 20 Leder bekommen. Du bist jetzt schon am Ende? Nein. Diamanten. Wir haben vier Diamanten schon. Krass, ne? Ja, Mann! Hey, ich habe Lapislazuli oder sowas. Das brauchst du ja doch nicht. Hier oben gibt es auch noch Gold, ne? Oh, ich komme mal her mit deinem Pekex. Äh, ich glaube das könntest du aber auch mit Stein... Ich weiß gar nicht. Kann man die schon mit Stein abbauen? Ja, komm, machen wir auf Nummer sicher. Das ist kein Gold, das ist Eisen. Ah, okay. Das hättest du dann abbauen können. Das sieht aber bei mir also sehr gelb aus, sonst bin ich gewohnt, dass das so einen leichten, rosa Touch hatte. Ja, also ein Gürteltier vermutlich. Hier rollen ganz viele Gürteltiere durch die Ehe. Nein, es war ein Biber. Nein, es gibt auch Biber. Ich habe jetzt glaube ich Biber Steak oder so. Da hast du grad einen von den zwei Biber-Brüdern umgebracht. Ja. Können wir die nicht äh, domestizieren und Norb und Deck nennen? Äh, Holger, wo bist du hin? Ich, ich, ich bin hier. Was heißt hier? Ich war nie weg. Ähm, wie sieht's denn bei euch jetzt so allgemein mit Essen aus? Also ich hab jetzt noch drei Steaks, aber bin momentan eh voll rein. Bei Hühnchen. Ich hab zwei Steaks, wo seid ihr denn alle? Du Wechsel, geh weg. Ey, ich schlag noch mal zu. Leg dich nicht mit mir an. Ey, hör auf ey, ich hab noch drei Bubbles, geh weg. Ich seh wie viel Lebensenergie du hast, das sieht man bei Hexen, wenn man drauf ist. Dann lass mich, geh weg. Geh jetzt raus. Danke. Wie? Ja, der ist drauf schon wieder, ey. Hihihi. Ohhhh. Ohhhh. Jetzt habt ihr das ganze Futter mit durch... Aua, der hat mich ja gehauen. Brauchst du was? Das war der Ulrich, der prügt ja. Ich, das stimmt doch gar nicht. Jetzt lüg doch nicht. Ja, da, da, danke. Wo ist denn der Holger jetzt hin? So, ich geh jetzt mal Kühe suchen oder irgendwas zu essen. Ja, ich geh mit dir, Andi. Okay, lass mal. Ich bin schon draußen, erwarte dich, komm mal zu. Oh, oh, da ist grad einer gestorben. Wer tötet denn die Pferde da? Das ist ja egal. Wie tötest du denn die Pferde, Holger? Ah, da ist der Holger. Der Holger tötet alles, ey. Der Agro-Holger natürlich. Aber warum? Dann tötet bitte auch gar nicht den Creeper. Und der Ulrich kann rein. Creeper Pingpong. Noch einer, noch einer. Ja, hier ist ja mal was, wo ist meine Güte. Was sind denn das da oben? Ja, das wird schon mal durch die Weile, wo du schwarz stehst. Alter! Hier ist ja was los. Dann bleibst du hier stehen. Nein, 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 nein. Creeper Pingpong. Pengpong. Was sind das da oben? Genfögeldinger. Ja, das wollte ich eben auch fragen. Das sind Schokoboos. Die kannst du reiten später. Ah, das sind die Schokoboos. Ja. Die kommen aus Final Fantasy 7 oder 8, keine Ahnung. Also auf jeden Fall kommen die aus Final Fantasy. So wie diese kleinen grünen Wiesenblätter, da kommen so kleine Smaragde raus und so Herzen. Die kann man halt farben. Das ist wie bei Zelda. Wo bist du denn? Nicht pfeifen. Ja, 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 ich komme. Entschuldigung. Ich geh jetzt was zu essen. Ja, wir brauchen dringend was zu essen. Da steht ein Skelett, Andi, direkt vor dir. Ja, das kann man ja töten. Oh, 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 das ist ein besonderes. Egal. Oha. Wir machen dem keinen Schaden. Wir machen dem keinen Schaden. Lass uns abhauen. Scheiße. Oha, wie siehst du aus, Andi, ey. Kacke. Wir machen dem keinen Schaden. Nein, ich bin tot. Geh weg.